Am 8. April checkt Mark Smiths gegen 10.30 Uhr im Londoner Kingsway Hall Hotel ein. Bei seiner Ankunft klagt der Geschäftsmann über hohes Fieber. Sofort ruft der Portier den Hotelarzt. Er vermutet eine schwere Grippe und verspricht, am nächsten Morgen noch einmal vorbeizuschauen. Am darauf folgenden Tag hat sich Smiths Zustand dramatisch verschlechtert. Um 11.30 Uhr wird er ins Marys Hospital in der Nähe des Bahnhofs Paddington eingeliefert. Als ich Mark Smiths zum ersten Mal sah, war ich überrascht, dass er überhaupt noch lebte. Sein ganzer Körper war schwarz gefärbt und mit blutenden Wunden übersät. Auch seine Augen bluteten. In diesem Zustand war es nicht einmal möglich, ihm eine Infusion zu geben. Sauerstoff verschaffte ihm ein wenig Erleichterung. Mehr konnte ich nicht für ihn tun. Zum Schutz der Öffentlichkeit mussten wir eingreifen. Seine Symptome ähnelten denen des Ebola oder des Marburg-Fiebers, hoch ansteckenden tödlichen hämorrhagischen Infektionskrankheiten. Wir hatten nicht die leiseste Ahnung, dass es Pocken sind. Das Kingsbury Hall Hotel wird umgehend geschlossen und desinfiziert. Jeder, der mit Smiths Kontakt hatte, kommt in Quarantäne. Außerdem versuchen die britischen Gesundheitsbehörden zu rekonstruieren, wo sich der Kranke in den letzten Tagen aufgehalten hat. Die Spur führt nach New York, Smiths Heimatstadt. Vier Männer des Gesundheitsamtes klopften an meine Tür. Sie trugen weiße Schutzanzüge und Gasmasken. Sie baten mich, Platz zu nehmen und sagten, Ein Mann, von dem sie annehmen, er sei Mark Smiths, wäre in London von seinem Hotel in die Quarantänestation eines Krankenhauses gebracht worden, da er sich offensichtlich mit einem hoch ansteckenden Virus infiziert hatte. Sie wussten noch nicht, um was für einen Erreger es sich handelt und waren besorgt um meine Gesundheit. Ich dachte natürlich sofort, du musst unbedingt zu ihm und fragte, kann ich nach London fliegen und ihn besuchen? Doch sie meinten, dies wäre nicht notwendig, denn der Patient sei am Tag zuvor gestorben. In London hat man immer noch nicht herausgefunden, woran Mark Smiths gestorben ist. Bis spät in die Nacht überlegten wir, was wir noch unternehmen könnten, um die Person zu finden, die Mark Smiths auf der Fahrt vom Flughafen bis zum Hotel möglicherweise mit dem Ebola-Virus infiziert hatte. Während wir zusammensaßen, lief im Fernsehen ein CNN-Bericht aus New York. Es ging um eine mögliche Pockeninfektion in der Stadt, aber offen gestanden brachte ich das nicht mit unserem Patienten in Verbindung. In dem Moment erinnerte ich mich an die schrecklichen Geschichten, die mir mein Vater über Indien erzählt hatte. Als er noch ein Junge war, hatte er erlebt, wie Menschen während einer Pocken-Epidemie an den sogenannten schwarzen Pocken starben. Es ist dieselbe Krankheit, aber bei drei Prozent der Infizierten gibt es diese hämoragische Variante, bei der die Haut geschwollen ist und sich schwarz färbt. Das Opfer stirbt unweigerlich an inneren Blutungen. Nun mussten wir in ganz anderen Dimensionen denken, denn Ebola überträgt sich nur durch direkten Körperkontakt, die Pocken hauptsächlich über die Atemwege. Unsere Aufgabe war es, jeden zu finden, der die gleiche Luft wie Smiths geatmet hatte. Leider war er, während er das Flugzeug verließ, sein Gepäck abholte, durch den Zoll marschierte, mit dem Zug zum Bahnhof Paddington fuhr, das Taxi benutzte und sich im Hotel auffiel, einer großen Masse von Menschen begegnet. Verzweifelt bemühen sich amerikanische und britische Behörden, die Verbreitung der Erreger zu verhindern. Sie impfen alle Personen, die möglicherweise von Cynthia Sheldon und Mark Smiths infiziert worden waren und bitten sie, während der maximalen Inkubationszeit von 16 Tagen zu Hause zu bleiben. Doch die beiden Pockenfälle sind nur die Spitze des Eisbergs. Innerhalb von 24 Stunden erkranken allein in New York 38 und in anderen Ländern sechs weitere Menschen. Heute Morgen wurde von offizieller Seite der Ausbruch der Pocken bestätigt. Die New Yorker versuchen sich auf verschiedenste Weise zu schützen. Doch die Angst unter der Bevölkerung ist groß. Erst Milzbrand, jetzt das. Ich habe Angst um meine Familie und meine Freunde. Kamen viele nicht zur Arbeit? Sehr viele. Sie wollen sich nicht anstecken. Es ist wirklich verrückt. In anderen Stadtteilen holen Eltern ihre Kinder aus den Schulen. Machen sie sich Sorgen um ihre Tochter? Warum sollte ich sie in der Schule lassen, wenn dadurch ihre Gesundheit gefährdet wird? Glauben Sie, dass sie ausreichend informiert werden? Nein, überhaupt nicht. Tausende verängstigte und verunsicherte New Yorker lassen sich in den Krankenhäusern untersuchen. Bei uns herrschte das reinste Chaos. In Scharen kamen die Leute in die Notaufnahme. Die meisten von ihnen waren zwar nur erkältet und hatten nicht die Pocken. Aber das konnte man nur schwer unterscheiden. Und wenn wir eine Pockeninfektion zu erkennen glaubten, standen wir vor dem Problem, wohin mit den Patienten? Denn unsere Isolierstationen waren innerhalb kurzer Zeit überfüllt. Fatal war auch, dass uns nur ein begrenztes Kontingent an Impfstoff zur Verfügung stand. Die Ironie des Schicksals ist, dass wir nach dem 11. September genügend Vakzine für die gesamte amerikanische Bevölkerung bestellt hatten. Doch der Pocken-Impfstoff sollte erst Ende 2002 geliefert werden. Wir setzten zwar alle Hebel in Bewegung, um die Produktion zu beschleunigen, aber uns war klar, dass uns in den nächsten Wochen nicht annähernd die Mengen zur Verfügung stehen würden, die wir dringend benötigten. Uns blieb also nichts anderes übrig, als auf die vorhandenen Reserven an Vakzine ca. 15 Millionen Impfdosen zurückzugreifen und sie so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Jede Dosis musste optimal genutzt werden. Deshalb konzentrierten wir uns auf diejenigen, die am meisten gefährdet waren. Krankenhauspersonal, Rettungskräfte und Personen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach angesteckt hatten. Freunde, Verwandte und selbst meine Mitarbeiter wurden erst geimpft, wenn sie nachweislich direkten Kontakt mit einem Infizierten hatten. Jack Hill hält die Rationierung der Vakzine für einen Fehler und plädiert für eine sofortige Impfung der New Yorker Bevölkerung. Wenn man nicht alle Bewohner der Stadt impft, sind viele empört darüber, dass man sie nicht ausreichend schützt. Wie sollen zum Beispiel Zugführer, Bus- und Taxifahrer und alle anderen Personen, die in wichtigen Bereichen arbeiten, gewissenhaft ihren Job ausüben, wenn sie Angst haben müssen, dass sie sich und ihre Familien jeden Moment anstecken können. Eine Impfung war also nicht nur aus medizinischen, sondern auch aus humanitären Gründen dringend erforderlich. Doch das Seuchenkontrollzentrum in Atlanta ist nicht bereit, mehr Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Die Behörde befürchtet, dass die Pockenerreger vorsätzlich verbreitet wurden. Jederzeit könnten auch andere Städte Ziele eines Anschlags werden. Bereits in dem Augenblick, als uns Jack Hill anrief, dachte ich an Terroristen. Und nachdem klar war, dass ich in keinem Labor ein Unfall ereignet hatte, gab es für mich keinen Zweifel mehr. Auf die Stadt war ein Anschlag verübt worden. Verehrte Amerikanerinnen und Amerikaner, wir müssen annehmen, dass der Ausbruch der Pocken in New York einen Angriff auf unser Land darstellt. Die Regierung wird alles tun, um die Epidemie zu bekämpfen. Und wir werden nicht eher ruhen, bis wir die Verantwortlichen für dieses schändliche Verbrechen und ihre Helfershelfer gefunden und zur Rechenschaft gezogen haben. Gott schütze Amerika. Natürlich denkt man zunächst an den Nahen Osten. Wir müssen davon ausgehen, dass mehrere arabische Terrororganisationen Zugang zu Biowaffen haben. Daher lag der Schluss nahe, dass der Anschlag eine weitere Eskalation im Krieg mit unseren bekannten Feinden war. Aber wenn man die Dinge objektiv betrachtet, darf man nicht vergessen, dass Fanatismus nicht nur in der islamischen Welt existiert. Denken wir an Japan, wo die Aum-Sekte 1995 einen Giftgasanschlag auf die Tokio-Ter U-Bahn verübte oder das Oklahoma-Attentat. Im Grunde konnten wir niemanden ausschließen. Drei Tage nach dem ersten Pockenfall gibt es immer noch keinen Hinweis auf die Täter und ihre Motive. Die Öffentlichkeit drängte auf eine Aufklärung des Falls. Alle wollten schnelle Antworten. Doch bei der Untersuchung des Verbrechens sahen wir uns mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert. Ich kann Ihnen zu diesem Zeitpunkt nur so viel sagen, dass umfangreiche Ermittlungen durchgeführt werden. Sobald erste Erkenntnisse vorliegen, werden wir diese mitteilen. Danke. Niemand hatte sich zu der Tat bekannt. Es gab keine Verdächtigen, keine Zeugen, keinen Tatort. Nur Opfer. Und zwar nicht klar, wie die einzelnen Fälle zusammenhingen. Die Infizierten wohnten verstreut in der ganzen Stadt, übten verschiedene Berufe aus und waren unterschiedlich alt. Die normalen epidemiologischen Raster halfen uns nicht weiter. Deshalb mussten wir zurückverfolgen, wo sich unsere ersten Pockenpatienten in den beiden Wochen vor Ausbruch der Infektion, also während der Inkubationszeit, aufgehalten hatten. Das war keine leichte Aufgabe. Denn schon ein gesunder Mensch vergisst schnell, was er vor einigen Tagen gemacht hat. Oder erinnern Sie sich daran, was Sie letzten Donnerstag zu Mittag gegessen haben. Das ist sehr schwierig, nicht wahr? Am vierten Tag nach Ausbruch der Epidemie stoßen die Ermittler auf eine erste Spur. Dem solchen Kontrollzentrum ist es gelungen, den Pockenstamm zu identifizieren. Seine Bezeichnung lautet Indien 1. Das bewies, dass das Virus aus einem russischen Biowaffenlabor stammte und irgendwie in die Hände von Terroristen gelangt war. In den 60er Jahren gehörte die Sowjetunion zu den stärksten Befürwortern des Pockenbekämpfungsprogramms der WHO. Auf der ganzen Welt arbeiteten russische Ärzte mit an der Ausbildung.